Ich werde es mir für den Jukebox Friday merken, Domi. Wette ist schon geschlossen. Wahrscheinlich werde ich es mir nicht merken. Aber dann erinnere mich einfach nochmal dran. Das ist wahrscheinlich der Song, den du jetzt... Oh, guck mal, da hat noch... Da hat noch jemand geweevt. Triggert das? Also zählt das dann doppelt? Würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall danke für die Donation an Domi. Oh shit. Mit wie vielen Euro steht er denn jetzt da oben im Top-Donator? 82 oder was? Ach halt, ich bin doch der Sabosteur. Ich muss sabostieren. Ich arbeite überhaupt nicht richtig. Ich bin einfach direkt... an der Dingens gegangen. Was ist denn los mit mir? Richtig schlecht gespielt. Ich habe einfach einen Generator gemacht. Ich hätte in der Zeit auch einen Haken geschafft. Ist hier jetzt mal irgendwo ein Haken? Da. Endlich. Ich finde, unsere Mag sieht auch aus wie ein Sabosteur. Mit der Kappe und so. Er eskaliert mal ein bisschen. Soll er doch. Ich sabostiere ja nur. Werde ihn schon nicht stören. Ich stelle mir die Szene gerade so vor. So weißt du, Dave verlässt den Raum. Und so, ja bitte seid nett. Und Steffi so, ja müssen Sie. Und dann hört man nur so einen Knall von so einer Peitsche in der Luft. Guckt nicht in meine Richtung. Sehr gut. Oh, da hat er jemanden erwischt. Das war bestimmt so ein Typ, der alle Haken sabostiert. Könnte ich mir vorstellen. Ich bin selber schuld. So was macht man nicht. Unschuld benennt sich jetzt um in Schuld. Hängt er den einen jetzt auf oder nicht? Ja, Anti-Mate hatte ich sogar vorhin schon zweimal. Lily Blue, moin. Hallöchen, grüß dich. Halle, belly, country, lily. Kennt ihr das Lied? Das wäre auch mal was. Weißt du, ich habe doch gesagt, so Themenabende, in Anführungsstrichen, wenn Jukebox Friday ist. Wie wäre es mit Country? Das wäre lustig. So ein Country Day. Und dann spielen wir Billy und so. So, wie viel habe ich jetzt sabostiert? Müsste hier noch irgendwo was sein oder eher nicht? Da hinten müsste noch eigentlich irgendwo was sein. Obwohl da der Pornokeller ist. Vielleicht habe ich schon alles. Bloß nicht re-coveren, ne? Kommt. Ne, doch nicht. Er hat nur in meine Richtung geschaut, okay? Ich glaube, ich habe alle. Look, groß, WB, Mann. Oh, da ganz hinten. Ich glaube, er ist dazu übergegangen, nicht mehr aufzuheben, weil ich alles kaputt gemacht habe. Okay, doch. Er hebt auch. Aber es sieht so aus, als ob der Sabostür hier erfolgreich wäre. Irgendwelche Soundbots gespielt in dieser Runde? Vielleicht lade ich das hoch. Leo, grüß dich. Oh, der Killer kommt. Sekunde. Dann legen wir mal den Turbo ein. Wofür habe ich denn den Wegzeugkoffer von Alex? Who the fuck is Alex? Ach, ne, warte, das ist ein anderes Lied, ne? Ey, guck mal, warum hat der denn gerettet gerade? Das habe ich nicht gerafft. Der wurde schon angehittet und hat dann trotzdem noch gerettet. So, einfach so. Ja, Punkte, nice. Aber er hat es nicht nötig. Oder, ne, warte mal. Das war ein bisschen später. Okay. 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 Wow, jetzt hat er den auch noch geschlagen. Okay. Jetzt an mir. Oh, shit. Komm her, ich helfe der. Der eine Autotune Jesus wird bestimmt sterben. Hä? Wie das gerade aussah. So. Kämmt er oder kämmt er nicht? Was die anderen noch gesehen haben. Er geht so ein bisschen da lang. Oh, shit. Ah. Oh, 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 oh. Oh, fuck. Jagt er mich jetzt raus? Wo ist denn der Mate? Ja, wenn er den jetzt aufhängt, ist er tot, ne? Ich meine, wenn du es nicht verlässt, Noxio, dann musst du es nicht nochmal anklicken. Es kann halt nur sein, ja, das kann ich nicht machen. Der geht da jetzt eh hin und ja, dumm gespielt leider. Wenn du den einmal angeklickt hast und offen hast, dann müsste es klappen. Aber du könntest ja die Favoriten packen halt. Ich bin Anti-Made. Sorry. Bin ich Anti-Made? Es bringt nichts. Wir werden alle sterben. Ja, das ergibt keinen Sinn. Ach ja. Hättet ihr gerettet, schreibt es doch bitte in den Chat. Oder in die Kommentare, falls ich das bei YouTube redet. Aber Alex' Werkzeugkoffer will ich dann auch nicht verlieren, weißt du? Das ist mir dann ein bisschen zu viel wert, tatsächlich. 16.000, ja, was willst du machen, ne? Er hat Pirscher gehabt sogar, eiserner Griff. Krass. Krass.